Ja, wenn es dazu zustande kommt, dann ist glaube ich die beste Lösung für den FC Bayern und für unsere Mannschaft. Er kennt viele Spieler schon, hat eine riesige Erfahrung, ist ein ganz toller Trainer, hat ein super Fingerspitzengefühl und ich glaube, wird die Mannschaft mit neuen Impulsen und auch mit seiner Erfahrung wieder besser machen. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit ihm, wenn man das so sagen kann, weil wir haben leider in der Saison das Champions-League-Finale mit Dortmund gegen Bayern verloren. Ja, aber selbstverständlich. Ich habe viel Gutes auch über ihn gehört, von den anderen hat er mich selber noch nicht erlebt, aber viele Leute, die sich glaube ich darüber eben auch freuen würden in der Mannschaft. In so einer Situation, wie Bayern sich im Moment befindet, bringt er natürlich mit seiner Qualität schon auf viel Ruhe und viel Kompetenz rein.